Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Subsistence. So schauen was wir heute alles machen. Erstmal kleiner Rundgang, ob es irgendwo ein paar Kisten gibt. Okay, da ist einer. Sehr schön. Und Moni. Das ist immer gut, wenn man keine Waffe hat. Da ist noch eine Kiste. Sehr gut. Okay, Wolf. In falsche Richtung. Zurück. Eigentlich alles Sachen, die ich gerade nicht gebrauchen kann. Da wäre ja was zu essen viel lieber. So. Okay. Na, das passt schon eher. Und noch eine Kiste. Ey, ist ja geil. Auch wer viel Munition. Das ist klar, da ist nix. Auf der Seite runter. Wupp. Was machst du da? Ja, ja. Richtig. Bin schon weg. Zurück. Okay. Dann bringen wir erstmal die Sachen zurück. Ja, wo ist der Stein. Da ist schon immer noch eine Kiste. Wo kommt denn das? Ist das der Bär bestimmt? Oder war das der hinten? Jut. Verstauen wir erstmal das. Okay. Jetzt können wir craften. Cottage. Craft. Vertrauen. Okay. Ah, gehen wir hundert. So, die Lücken bleiben. Bevor wir wieder verhungern. Ja, stimmt ja. Ich wollte ja noch die Türen einbauen. Die Türen haben wir in der anderen Kiste. So. Eins. Zwei. Sehr schön. So, nächstes Jahr. Cool, die Türen sind auch drin. Okay, genau. So, auch auf und zu. Cool. So, wie sieht's da aus? Ich müsste ja mal irgendwann so ein blödes Viech da legen. Oh, da ist ne Pflanze. Okay, doch nicht. Gut, schnelles Holz, das Feuer. Okay. Jetzt wird schon der Fenster. Ich sehe hier nix. Sehr schön. Gut. Dann. Lassen wir es mal dabei. Die Tür auf der Seite war ziemlich doof zu behalten. Okay. Okay. Streichelt. Streichelt. Ach, hab ich ja schon. Ja. Okay. So. Und dann machen wir das Feuer klären. Was können wir eigentlich ne Waffe? Die Schatten können. Fünfmal Holz. Fünfmal leer, das haben wir ja alles da. Okay. Dann machen wir das schnell noch. Und leer. Gut. Gut. Schnell einen Schluck Kaffee. So, dann brauchen wir schnell noch die Waffe. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. War jetzt nix so spannendes. Kann nur besser werden. So. Waffe. Schaltke. Und ich hab schon wieder Hunger. So. Schaltke. Und ich hab schon wieder Hunger. Okay. Dann haben wir ne Waffe. Sehr gut. Gut. Die tun wir erstmal da rein. So. Da ich diese Folge am 31. online stellen werde, wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und kommt gut rüber. Ciao.